der kasper der war kurngesund ein dicker bug und kugelrund er hatte backen rot und frisch die suppe aß er hübsch bei tisch doch einmal fing er an zu schreien ich esse keine suppe nein ich esse meine suppe nicht nein meine suppe ess ich nicht am nächsten tag ja sieh nur her da war er schon viel magerer da fing er weiter an zu schreien ich esse keine suppe nein ich esse meine suppe nicht nein meine suppe ess ich nicht am dritten tag oh weh und ach wie ist der kasper dunn und schwach doch als die suppe kam herein gleich fing er weiter an zu schreien ich esse keine suppe nein ich esse meine suppe nicht nein meine suppe ess ich nicht am vierten tage endlich gar der kasper wie ein fetchen war er wog vielleicht ein halbes lot und war am fünften tage tot